Hallo zusammen, hier sind wir bei einem 50.000 Liter Teich. Einmal die Perspektive, wunderschön angelegt. Dieser hat drei Bodenabläufe und ein Skimmer. Schön krass grün, wie man es so kennt oder nicht haben möchte. Jetzt kommen wir zu der neuen Installation der Filteranlage. Hier einmal das alte gute Stück, was dort installiert war. Trommelfilter mit anschließender Biokammer war hier einmal. Hier sehen wir den Smartphone Endlosbandfilter mit einer zusätzlichen Biokammer. Der Endlosbandfilter wird noch mit Mountain Tree bestückt. Das vorhandene gut eingelaufen, ihr Biomedium. Das Helix wurde hier wieder eingesetzt. Deswegen die zusätzliche Biokammer, damit das Ganze wieder wunderbar seinen Dienst aufnehmen kann. Zumindest die Biostufe. Wir warten auf weiteres und halten euch auf dem Laufenden, wie die Klarheit hier entsteht. Vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.